Willkommen zurück zuletzt bei Yu-Gi-Oh! Pro Dev Pro Mitsukurma 2 Nein! Was ist denn los, ey? Weiß ich nicht, aber diesmal gefällt mir wenigstens die Hand besser. Ja, meine gefällt mir nicht so wie das letzte Mal. Was ist denn da alles weggefallen? Ich meine einen Blitzeinschlag gesehen zu haben. Ja, Blitzeinschlag und eine Lumina und eine Rüko. Sehr schön. Gut. Wo bleibt denn das Monster? Mich? Okay. Das Blöde ist nur, ich werde das jetzt wahrscheinlich keinen Deut Offensiver spielen. Doch, werde ich. Ich will dich beschwören. Im letzten Duell habe ich mir am Anfang voll den Urteilssachen zurückgehalten, aber es war eigentlich auch schlau. Dann habe ich ihn aber total behindert eingesetzt. Rennen wir da jetzt einfach mal rein, weil wir es können. Natürlich Rüko. Was kann diese Karte werden? Ich glaube nicht, dass du die auf dem Friedhof haben willst. Ne, dann mache ich nur die Bedeckte weg. Also meine Bestechung. Ja, eine Bestechung ist in Ordnung. So, was liegt da jetzt alles? Darf ich mal bitte? Ne. Danke. Ähm. Zwei Raiden sind gleich weggeflogen. Und eine nicht verpflichtete Barriere. Wenigstens kam nicht der Rüko teuer zu stehen. Es ist gut, dass der Raiden weggeflogen ist. Oder auch nicht. Äh. Okay. Okay. Jetzt. Ach scheiße, wenn du jetzt in Stufe 3 erst kommst. Michael und der verbannt mir den Goblin Zorn mehr, anstatt ihn auf dem Friedhof zu legen. Ganz genau. Scheiße. Äh. Möchte ich da irgendwas Rezerbisch hören? Was? Ja. Warum nicht? Wenn ich das schon mal kann. Mhm. Dann kommt der direkt nochmal. Okay. Willst du dann auf Stufe 10 Synchro gehen, oder was? Elf wär's dann. Elf. Sternenfresser. Mhm. Dann hab ich wenigstens eine Hinterhand. Mhm. Aber den will ich auf jeden Fall haben. Schade um die 1000 Life Points, aber YOLO. Nein! Ja, ich wusste aber, dass du dann hast. Du hast die ganze Zeit gewartet. Ich möchte das nicht. Kannst von mir Sternenfresser rufen, dann krieg ich wenigstens meinen solchen Verbreiten auf die Hand. Ja, ich will ihn dir nicht geben. Dann gib ihn mir nicht. Dann darfst du das aber nicht angreifen. Mhm. Ach, du greifst doch an. Ja. Hallo solchen verbreitender Zomb. Ja. Hallo solchen verbreitender Zombie. So, jetzt nur die Frage, wie viele Abfahrkarten hast du da verdeckt liegen? Ich weiß wenigstens noch auf mich eingelassen. Natürlich! Ja, hallo. Oh, aber die Karte darunter gefällt mir jetzt nicht so. Okay, die Welt deaktiviert. Ist kalt. Okay. Schön, dass ich Michael seit zwei Duellen im Deck habe und ihn zweimal aus der Welt bekomme. Das Blöde ist nur, ich bin jetzt hier gerade einen Ticken zu langsam. Aber dafür, dass man die Verblechte Deck echt nicht alles aus dem Thema rausholt, das ist schon ziemlich stark. Ich bin jetzt hier nur gerade leider einen Ticken zu langsam, weil ich nur eine Beschwörung habe. Okay. Mist. Ah, dann bin ich jetzt gerade hier. Achso, Quatsch. Äh, Quatsch. So geht's ja. Ich bin ja dämlich. Ah, ich will dich beschwören. Deinen Effekt aktivieren. Ähm, um dann dich abzuschmeißen. Ja, das habe ich aber schon irgendwie vorausgerannt, dass solche Synchro-Zombie-Dex hier ziemlich stark werden. So, und dann möchte ich gerne die Zombie-Welt aktivieren. Ach, die gibt's auch noch. Ja, die gibt's auch noch. Ein Monster auf dem Spielfeld, die im Friedhof-Wernzum und die Zombie-Kammer-Spiele kann. So, ja, das ist nervig. Ja. Ich kann dich aber schlecht verhindern. Dann kannst du es halt nicht verhindern. Dann hätte ich gerne dich. Ja, ich hätte gerne deinen Effekt genutzt. Ähm, und ich hätte gerne... Ähm... Ich hätte eigentlich sogar gerne dich... Ach, ne, Quatsch. Das war jetzt höllendämlich schon wieder. Na gut, in dem Fall wär's ja wurscht. Ich dachte gerade, warum kann ich das Tier nicht loswerden? Ah, natürlich. Das war jetzt... Ah, Gott! Man, mach ich hier eigentlich nur Fehler. Wie gefällt's, wenn du nur Fehler machst? Natürlich. Ich kann mir zwar solchen Verbreitenden zurückholen, aber... Na toll, dann kann ich mir freuen und mir einen Keks kaufen. Das ist... Hast du Level 6? Was? Hast du Level 6? Eben. Okay, dann probieren wir das jetzt anders. Und hoffen jetzt einfach mal auf Glück. Kannst jetzt den holen. Ja. Würdest nur... Ich glaube, ich habe auch kein Level 10. Ah, ne, aber jetzt kann ich auf Level 8 gehen. Das gibt's ja bei Level 10. Ja, da gibt's schon ein bisschen was. Ähm... Ich hätte gerne... Dich wieder auf dem Deck. Level 8, da kannst du dir jetzt holen, ja. Und dann hätte ich gerne... Dich gespecialt. Und einmal deinen Effekt aktiviert. So. Und habe damit dann mal ein wenig aufgeräumt. So... Gerade noch gerettet, hey. Ja. Das war jetzt aber knapp. Einer von denen und einer von denen und... Warte, dann habe ich... Reicht. Das Schöne ist nur, dass deine Hand jetzt ziemlich leer ist. Sowas kann ich denn da jetzt noch aktivieren. So, dich. Ne, das brauche ich gar nicht. Ähm... Ich überlege jetzt gerade, ob ich da reinrennen soll. Mhhh... Äh... Warte mal kurz. Ich will jetzt kurz was sehen. Hä? Achso, klar, der ist ja verbannt. Das ist keine verkannte ähnliche Nummer. Hä? Blöde Frage. Warum konnte ich mir eigentlich vorher mit dem Verdammniskaiserdrachen nicht deinen Urteilsdrachen holen? Der war auch Zombie. Und laut Verdammniskaiserdrache hätte ich den... Achso, Quatsch. Der hat ja diesen speziellen Spezialbeschwörungseffekt. Jaja, du kannst ihn nicht Spezialbeschwören. Das wäre doch ziemlich fair gewesen, wenn du den noch gegen mich benutzt. Ähm... Michael könnte ich mir dann aber holen. Ja, Michael könnte ich mir holen. Ähm... Und ich will jetzt in deine Spiegelkraft nicht reinrennen. Aber mit einer Handkarte kann Lichtverpflichtet normalerweise nicht allzu viel ausrichten. Sag ich doch. Ähm... So, genau. Ich habe jetzt natürlich gewusst, was ich ziehen werde. Ich lege dich in Verteidigungsposition. Spiele dich. Und dann renne ich mit dir rein, weil bei dir ist es mehr Wayne, wenn du zerstört wirst. Yizuki. Dann hast du jetzt ausgerechnet den Ruko gezogen. Das ist sowas von dermaßen unwahrscheinlich. Ähm... Du kannst jetzt da zwar gerne was anketten, aber das bringt dir nicht viel. Ja, ja. Das meiste ist nur für später. Okay. Okay. Achso, ich könnte immer noch... Ich bin jetzt eigentlich alles in Frito. Okay. Komm wieder rein. In's Spiel. Die bringt dir jetzt was. Oh! Okay. Gut, aber du kannst trotzdem... Erstens kannst du ihn nicht als Tributbeschwörung beschwören. Ja, ja. Na, toll. Die Karte hat es mir jetzt so richtig gebracht. Nicht. Ähm... Ich bräuchte nur Teilstachen, aber den werde ich nicht ziehen, weil ich nur noch einen im Deck habe. Okay, dann... Ähm... Will ich jetzt eigentlich gerne dein Deck minimieren. Genau. Entweder... Du verbietest es mir jetzt? Ähm... Jetzt schade um die Deckkarten. Mhm. Ähm... Zerstören werde. Hahaha. Das nervt nämlich so minimal. So, was habe ich denn jetzt alles im Frito, was ich mir jetzt wiederholen könnte? Achso, einiges. Okay, ich könnte mir jetzt da zwar einiges wiederholen. Das würde mir zwar... Das würde mir aber allerdings nichts bringen, weil es alles nichts ist und womit man was her synchronisieren kann. Ja. Du bist doch ein verdammt verdammt, Hussler. Hahaha. Alter, geh doch sterben. Einfach so... Äh... Äh... So, da das ja alles Zombies sind, kann ich die auch einfach so wiederholen. Ja. Ähm... Wenn das drin... Das setze ich mal noch. Dann renne ich damit jetzt einfach mal rein. Pfff... Jaaa... Genau. So. So langsam, aber... Ah, super. Wunderschöne Karte gezogen. Ähm... Was hole ich mir denn da jetzt? Genau. Ich hole mir... Dich? Ich hole mir ein Monster vom Typ Zombie von einem Friedhof. Ja. So, dann flippe ich dich. Dann bist du Rang 10. Ich werde auf Rang 6 gehen. So. Äh... Ich gehe nämlich auf dich. Dann kommst du weg und du weg. Äh... Und ich nehme dich wieder auf die Hand und dich. Und ja, ich will da einen Effekt nutzen. Und ich hätte gerne... Ich hätte gerne... ... 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 Jetzt hole ich mir dich. Immer wieder schön, die Asi-Synchro-Kombo loszutreten. Okay, und das ist mir sogar relativ Wayne. Jetzt brenne ich da rein. Main. Zwei. Und kannst du mir jetzt bitte einen vernünftigen Grund nennen, warum ich jetzt die Zombie-Welt nicht einfach wieder aktivieren kann? Hm, weiß ich jetzt nicht, aber dafür ist in dem Zug auch viel zu viel passiert. Ach so, kannst du nicht die Karte aktivieren, die durch diesen Effekt zurückgegeben wurde? Ach so, alles. Okay. Ich kann zum nächsten Zug wieder machen. Aber ich sollte dich jetzt eigentlich relativ... Ah. Nein! Das ist jetzt nicht dein verdammter Ernst. Das ist mein verdammter Ernst. Wie viel Glück kann ein Mensch eigentlich haben? Das ist mein verdammter Ernst. Wie viel Glück kann ein Mensch eigentlich haben? Kannst du mir das mal ein bisschen erklären? Ganz im Ernst, ich hatte sauviel Pech, okay? Ich hätte das Vieh schon seit tausend Zügen ziehen können und es waren sau wenig Karten weg. Irgendwann muss das ja mal zur Seite sein. Gut, was jetzt völlig wurscht sein wird, weil du jetzt einfach noch ein Monster ziehen wirst, bei deinem Glück. Weider nicht. Was? Ach, der hat auch noch Kamm-Schaden-Effekt. Ich bring dich um! Dein verdammtes Glück ist doch echt nicht mehr feierlich. Wenn du wüsstest, wie sehr mich dein verdammtes Glück jetzt gerade im Moment aufregt... Was ist gerade passiert? Der hat Kamm-Schaden-Effekt, Mensch. Was meinst? Ja! Der hat Kamm-Schaden-Effekt. Was ich nicht wusste. Oh, ja doch. Scheiß. Alter, ich bin jetzt gerade so sauer, ey. Der zieht nur das Dach noch. Hammer. Okay, schönes Dill. Ich hätte nicht gefinisht gehabt. Die Chance... Das ist mal wieder so typisch. Die Chance... Die Chance ist bei... Unter 10 Prozent, dass du den ziehst. Und natürlich ziehst du ihn. 1 zu 14. Ja? Aber der... Wenn ich Yu-Gi-Oh! spiele, hat mein Gegner immer ein Glück, dass nicht mehr feierlich ist. Und mein... Und ich hatte natürlich mal wieder hier scheiß Karten-Pech. Alter, ich habe gerade so gezittert, als ich Urteilsdrache gezogen habe. Ja. Das wäre doch schön... Viel schöner gewesen, wenn der... Ähm... Krag... Kragonit sofort auf 4.800 gekommen wäre. Hätte ich dich gewohnt, wenn du ein Kilt mit so einem Leben zuge... Alter... Und das aber auch nur, weil ich die Zombie-Welt nicht sofort wieder spielen konnte. Na gut, Ali, hättest du mir zerstört. Das wäre wurscht gewesen. Ja. Oh... Richtig, gell. Alter. Gut. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss.